Ruch Czorso ist ein Fußballverein aus der polnischen Großstadt Czorso im oberschlesischen Revier. Der Verein ist 14-maliger polnischer Meister und somit gemeinsam mit dem Lokalrivalen Gornik Czabje-Rekordmeister Polens. Zuletzt konnte Ruch im Jahre 1989 den Meistertitel erringen. In der Saison 2015 16. spielt Ruch in der höchsten polnischen Spielklasse, der Extraklasa. Geschichte Gegründet wurde der Verein im Jahre 1920 vor dem Hintergrund der Volksdummskämpfe in Oberschlesien in der damals noch preußischen Ortschaft. Bismarck-Hütte von der Sportabteilung des polnischen Plebiszit-Kommissariats unter Wojcic-Kownti als Ruch Bismarck-Huta. Er galt somit als Verein der schlesischen Aufständischen. Nach dem Anschluss Ostoberschlesiens an Polen 1922 wurde die deutsche Ortsbezeichnung durch die polnische im Vereinsnamen ersetzt, Wilki Haidugi. 1923 setzten die polnischen Behörden die Fusion von Ruch mit dem deutschen Verein Bismarck-Hütter Ballspielclub durch, der über ein eigenes Stadion verfügte. Schon ein Jahr später wurde das Kürzel BBC aus dem Namen gestrichen. Nachdem am 1. April 1939 die bis dahin selbstständige Gemeinde Wilki Haidugi an die benachbarte Stadt Czozo angeschlossen worden war, nannte sich der Verein KS Ruch Czozo. Mit dem Einmarsch der Wehrmacht in Polen im September 1939 wurde er von den deutschen Besatzungsbehörden für aufgelöst erklärt. Faktisch aber wurde er nur umbenannt. Er bekam eine deutsche Vereinsleitung und wurde unter dem alten Namen Bismarck-Hütter Ballspielclub neu registriert. Für ihn traten in der Gauliga Schlesien auch die bisherigen polnischen Nationalspieler Iryg Tatus, Theodor Petaek und Gerhard Wodac an, die die deutsche Volksliste unterzeichnet hatten. Im November 1939 erhielt er den Namen der Anfang der 20er Jahre von den polnischen Behörden aufgelösten Bismarck-Hütter SV 99. 1941, 1942 und 1944 wurde die BSV jeweils Wiese-Gaumeister, 1943 erreichte er den 4. Platz. Im Februar 1945 lösten die neuen polnischen Behörden den deutschen Verein offiziell auf. Faktisch bekam er seinen alten polnischen Namen zurück. Ein Großteil der Spieler, die im Krieg in der Gauliga gespielt hatten, blieb. In ihren offiziellen Biografien blieb die Besatzungszeit ausgespart. Mit der Welle der Liquidierung von Traditionsvereinen unter dem Stalinismus wurde der Club 1948 nach sowjetischem Vorbild als KS Chemik Chosso an. Ein Industriekombinat angeschlossen. Nach der Vereinigung mit anderen Betriebsmannschaften hieß er von 1949 an ZS Unia Chosso. Erst mit dem politischen Tauwetter von 1956 konnte er zum alten Namen Ruch zurückkehren. Seit dem Jahr 2004 ist Ruch Chosso in die Aktiengesellschaft Sportowa S.A. eingebunden. Für die Saison 2007-08 erhielt der Verein vom polnischen Fußballverband zunächst keine Lizenz, da ein Schuldentilgungsplan aus dem Vorjahr vorgelegt wurde. Nachrücken sollte dafür die bereits abgestiegene Mannschaft von Wiesler-Plock. Diese Entscheidung wurde jedoch kurz darauf aufgehoben, sodass der Verein erstmals seit 2003 wieder in der Extra-Klasa spielte. Am 18. November 2008 teilte der Verein mit, dass er schuldenfrei sei. Größter Vereinserfolg nach der Jahrtausendwende war der Einzug ins polnische Pokal-Endspiel 2009, was jedoch im Stadion Lasky mit 0 zu 1 gegen Lechposen verloren ging. Auch im Jahr 2012 konnte man erneut das polnische Pokal-Endspiel erreichen, unterlag jedoch in Kielce mit 0 zu 3 Legia Warschau. Insgesamt war es eine der besten Spielzeiten der letzten Jahrzehnte. Da man neben dem Pokalfinaleinzug auch in der Extra-Klasa-Wiezenmeister wurde und mit nur einem Punkt Rückstand auf Laskfrocklo den großen Kup nur denkbar knapp verpasste. Von diesen Erfolgen unbeflügelt entpuppte sich die Extra-Klasa-Saison 2012-2013. als Achterbahnfahrt und so konnte man erst am letzten Spieltag den Klassenerhalt realisieren. Zwar war man als 15. sportlich abgestiegen, konnte jedoch aufgrund des direkten gewonnenen Duells gegen GKS Bechatov und den Lizenzentzug von Polonia Warschau die Klasse doch noch halten. Kader Saison 2015 Sechzehntel Erfolge Polnischer Meister 1933, 1934, 1935 und 30, 1936 und 30, 1908 und 30, 195, 195, 195, 195, 1950, 1953, 1950, 1960, 1968 und 60, 1974 und 70, 1975 und 70, 1989 und 80 Polnischer Vizemeister, 1950, 1950 und 50, 1950 und 50, 1963 und 60, 1973 und 70, 2012 Polnischer Pokalsieger, 1951 und 50, 1974 und 70, 1996 Polnischer Pokalfinalist, 1963 und 60, 1968 und 70, 1993 und 90, 2009 und 100, 2012 Polnischer Super-Pokalsieger, 1989 und 96 Fans Der KS Ruchczosu gilt als Klub der Oberschlesier, vor allem für die Jugend, die sich mit und durch die Mannschaft zu ihrer oberschlesischen Identität bekennen. Die Fans von Ruch pflegen Fahnen mit dem deutschen Wort Oberschlesien mit sich zu führen. Durch den polnischen Fußballverband PZPN wurde das Zeigen dieser Fahnen in den polnischen Stadien 2009 verboten. Das scheint aber nicht für die Wettanbieter zu gelten. Viele führen den Verein auch unter Ruch Königshütte S.A. Stadion Ruchczosu spielt im Stadion Maischi, das im Jahre 1935 erbaut wurde und eine Zuschauerkapazität von 10.000 Menschen fasst. Momentan wird das Stadion umgebaut bzw. modernisiert. Bei wichtigen internationalen Spielen weichen die Fußballer von Ruch auf der Stadion Lasky aus. Jenes Stadion hat eine Kapazität von 47.202 Plätzen. Platzierungen der letzten Spielzeiten 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 Bedeutende ehemalige Spieler Europa-Pokalbilanz Legende Gesamtbilanz Bilanz.